Hallo, ich bin Petra Wolke, die Regisseurin von Traumland. Mein Film läuft im internationalen Wettbewerb vom Zürich Film Festival. An Heiligabend begegnen vier verschiedene Menschen einer jungen Bulgarin, die auf dem Straßenstrich von Zürich arbeitet. Der Film erzählt von Beziehungen, Begehren und Verrat, aber auch von Verletzlichkeit und der tiefen Sehnsucht nach echter Nähe und Geborgenheit. Ich freue mich sehr auf die Weltpremiere in Zürich.